Gerade einmal sechs Wochen nach seiner Premiere in unserer letzten Show hat er die internationalen Charts erobert und steht mittlerweile in den Top Ten. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem sensationellen Erfolg. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Declan! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Detran!